muss ich hier jetzt auf abbrechen klicken ob das war ein bisschen zu früh na gut ich will euch das nicht antun ich schneide das einfach aus moin leute und willkommen zu einem neuen video diesmal wieder mal pc building simulator ja ist ja lange her dass das letzte video online gekommen ist ja wir fangen direkt mal an mit dem spiel kurz und zwar öffnen wir also ich muss doppelklicken ok emails 3d mark ausführen ja 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 sharon powering 600 das ist das ist das ist ein netzteil sharon powering power king 600 gut dann gehen wir erstmal zum shop und holen uns ein netzteil ich bin zu schnell an powering ja da haben wir es doch zwar 80 sich dollar ja gut das ist auf dem weg dann hier fehlende wärmeleitpaste wärmeleitpaste aufbringen ja gut die habe ich ja so hier und staub reinigen ja gut dann habe ich drei aufträge warenkorb stellen wir das einfach mal direkt und dann starten wir mal den nächsten arbeitstag oder eigentlich so weit habe ich ja jetzt erstmal alles ja was ich jetzt noch ansprechen wollte in diesem video ist ja nehmen wir erstmal den einfachen zum staub reinigen und zwar wer mein instagram profil so leicht verfolgt wo komische bilder bis jetzt nur online sind hat gesehen dass ich einmal ein neues headset haben jetzt habe ich natürlich vergessen welches es ist es passt auf jeden fall farblich also mit dem rgb perfekt zu der g9010 orange spark die tastatur und logitech passt perfekt dazu ja und was ich auch noch sagen wollte was ihr auch gesehen habt auf dem instagram profil wenn ihr euch das angeguckt habt ist dass ich mich bedankt habe für die klicks beziehungsweise durch die klicks die ihr mir auf youtube bringt bekommen ich ja so gesehen passend also ich sage mal so bei 1000 klicks sind das paar euro oder was ist ja auf jeden fall habe ich es geschafft dass ich die erste auszahlung erreicht habe gut ich habe schon wieder die seitenverkleidung vergessen es sind 70 euro gewesen ich meine ich habe mal nachgeguckt es ist mehr als fünf jahre her dass ich den kanal erstellt habe und dass ich das erste video hochgeladen habe aber ich meine es ist ein ziel was ich mittlerweile erreicht habe und das eigentlich nur durch euch dafür wollte ich mich noch mal bedanken und ja mittlerweile habe ich auch ein neues mikrofon wenn man das bemerkt hat hatte mir damals auf amazon ganz günstiges gold als ich doch azubi war und ja muss mittlerweile sagen das ist in die jahre gekommen ist mein aktuelles mikrofon beziehungsweise mein altes mikrofon und es ist unbedingt zeit oder sich neues zu holen weil bei dem alten war die ton qualität echt nicht soo prickelnd super ja deswegen habe ich mir halt einfach mal ein neues geholt und vielleicht merkt man ja so einen kleinen tonunterschied also das nervige rauschen ist auf jeden fall endlich weg beziehungsweise was heißt ganz weg ich meine ich habe natürlich jetzt auch nicht 600 euro in die hand genommen das ist mir dann doch noch ein bisschen zu viel aber es reicht fertig aus also es war es ist jetzt ein aona oder aona wie man das auch immer ausspricht aona 900 b also b bedeutet nur black mein für ich glaube 77 euro habe ich jetzt bezahlt ist die qualität echt nicht schlecht also hier kann man sich definitiv nicht beschweren und ich glaube das ist ein standard mikrofon von den youtuber weil wie gesagt für den preis kann man sich echt nicht beschweren das ist halt das war eigentlich das was ich noch so ansprechen wollte jetzt habe ich hier also jetzt habe ich ein neues netzteil eingebaut ohne dass ich da zu viel gesagt habe ich schließe währenddessen mal die kabel an da ja und das noch dann installieren wir jetzt noch tools usb stick schließen den usb stick an machen schon mal den pc an und installieren noch die seitenwand perfekt dann haben wir den pc auch schon fast fertig ja das war das was ich ansprechen wollte ich weiß leider momentan echt nicht welches headset ich jetzt gerade habe ich meine ich könnte mir tatsächlich sogar drauf hören wir das mal aus okay das ist jetzt ein benchmark programm gehe ich mal stark von aus okay der frames ach der er rechnet jetzt wie viel zeit er braucht für die frames beziehungsweise hier sehen wir wie viele bilder er macht pro sekunde das ist relativ interessant wie lange dauert das denn eigentlich dann ich meine nicht dass ich jetzt hier drei stunden warten muss muss ich hier jetzt auf abbrechen klicken ob das war ein bisschen zu früh na gut ich würde euch das nicht antun ich schneide das einfach raus so da bin ich wieder ähm wir haben jetzt den benchmark schön ausgeführt dann sollte das jetzt eigentlich bei dem pc alles erledigt sein ja im flur abstellen wieder radikal abgeklemmt ich habe mich in der in der zwischenzeit mal auf mein instagram profil begeben weil ich da so ein schönes bild hochgeladen habe wo man extrem sieht wie passend die farbe von der tastatur zum headset passt gut es ist halt synchron ja ich habe ein g 933 headset also es ist jetzt nicht das neueste wie ich auch unter das bild geschrieben habe aber es reicht völlig aus vor allem die soundqualität gut bei den headset mikrofonen da ja das lasse ich mal weg weil die qualität die ist naja nie so nie so wunderbar würde ich sagen ähm wie funktioniert das jetzt jetzt setze ich einfach den sockel drauf oder ja gut anscheinend schon ja äh mach ich das denn jetzt so schließen jetzt installieren lüfter ne nicht gehöse lüfter prozessor lüfter ja auf jeden fall das wollte ich erzählen ich habe das g 933 weiß ich ja irgendwas wollte ich jetzt auch noch so hab das schon wieder vergessen hehehe hehehe ehrlich so wärmeleit passt so oh perfekt dann habe ich das schon schon mal geschafft ja man sollte den pc anschließen bevor man ihn äh ne heute ist auch nicht mein tag ich glaube das habe ich im letzten video schon gesagt irgendwie ist momentan relativ ähm äh stressig kann man jetzt auch nicht sagen ich weiß nicht geh mal hier kurz in die e-mails und schau mal hier so da können wir kassieren sehr gut äh wärmeleit passt so aufbringen gut da bin ich gerade dran äh gereinigt habe ich auch dann können wir da kassieren äh bongel ist eine neue Rezessionsseite auf der kunden kommentare hinterlassen gute wie schlechte kannst deine aktuellen bewertungen von bis zu fünf sternen oben auf dem bildschirm ablesen je besser die bewertung desto vielseitiger und lukrativer werden deine aufträge du kannst die bongel app herunterladen und dir ansehen was deine kunden über dich sagen solltest dich darum kümmern dass sie weiterhin zufrieden sind oder zufrieden sind ok ja annehmen Hauptplatine ersetzen gut da weiß ich nicht welche platine auf 16 GB RAM aufrüsten gut 16 GB RAM das sollten wir ja schaffen RAM kann ich ja direkt bestellen wegen der Platine muss ich mal schauen nehmen wir wieder den ähm ja ich meine den brauche ich jetzt zweimal dann ja kaufen so ähm hier sollte ich glaube ich noch einen Benchmark ausführen ja ach warte mal schon wieder ein Benchmark die wollen mich doch echt hier ah naja egal interessantes Hintergrundsbild so laden wir mal die Software da müssen wir aber ich habe jetzt nicht das laden unter anscheinend ja schon ähm ja gut dann wollen wir mal hier das Benchmarkprogramm drauf ich würde sagen das ist ein Benchmarkprogramm ich meine was soll das sonst sein dann müssen wir den PC neu starten ähm dann warte ich kurz bis der neu gestartet hat weil ich hoffe dann muss ich das Benchmark nicht nochmal überspringen so wie eben weil dann äh bevor ich das nämlich vergesse montiere ich nochmal die 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 so ja das läuft weiter perfekt dann montiere ich nämlich hier mal die Seitenwand drauf bevor ich das nachher wieder vergesse ich meine das ist mir jetzt schon einmal passiert definitiv und ja das lädt erstmal die neuen E-Mails habe ich angenommen die Ware ist unterwegs und ja eigentlich äh naja gut dann übersprich ich das halt schon wieder wieso das Benchmark ist eigentlich vorbei ja ich glaube die Zahl ist gerade schlechter als eben das naja egal mit dem PC sind wir auch soweit fertig den platzieren wir mal hier und dann ja gut dann können wir noch schnell abkassieren kassieren und fertig ja 1500 Dollar Level 3 ist nicht schlecht ich habe gesehen ab Level 3 kann man hier einen weiteren Arbeitsplatz kaufen ähm ja gut ist halt die Frage wofür ich den bräuchte aber gut wir beginnen erstmal einen neuen Tag denn jetzt kommen die Teile und neue Aufträge ähm nehmen wir mal Upgrade ich meine dafür habe ich jetzt auch die 8 GB RAM Arbeitsspeicher da ähm wir montieren erstmal die Seitenwand ab ist jetzt auch nicht das schwerste und ähm bauen dann den RAM Riegel der bereits vorhanden ist aus äh wenn er sich dann öffnen lässt perfekt und bauen ihn aus und installieren wo 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 da immer noch Speicher heißt das Ding montieren den rein machen hier dann nochmal die Clips auf und installieren den zweiten RAM Riegel somit haben wir 16 GB Arbeitsspeicher und ja jetzt ist noch die Aufgabe PC-Lad-Betriebssystem das testen wir ganz einfach machen den Strom an und in der Zeit wo er hochfährt installieren wir wieder die Seitenwand irgendwie habe ich es mit der Seitenwand ich weiß nicht dass das ja naja so äh perfekt in den Flur abstellen und dann setzen wir den mal hier ab und bei dem PC sollte ich die das Mainboard ja Hauptplatine ersetzen Mainboard wäre auch zu einfach Mainboard hinzuschreiben gut dann schauen wir mal ich äh boah Toni H 70 ja dann schauen wir erstmal hier top Hauptplatine oh ich klicke immer zu viel Toni H 70 M-Tech war drin ja dann nehmen wir einfach wieder das bestellen das schon mal und ähm packen den PC einfach wieder zurück weil ich meine hier den kompletten PC auseinander zu bauen um die Plätze um das Mainboard zu tauschen und wieder zusammen zu bauen das ähm es dauert etwas würde ich mal behaupten boah haben wir hier wieder viele E-Mails äh verwerfen ihre Stromrechnung okay dann zeige ich Strom äh unterschwellige Absichten in den Kommentaren sind bla 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 la 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 ja ist okay ähm CPU aufrüsten ja wie mach ich das jetzt also PC kann holen eine Applikation aufrüsten was will der hier auf 1,5 Gigabyte oder 1,5 Terabyte anders ausgedrückt Speicherkapazität aufrüsten ja das klingt einfach dann bestellen wir nachher noch eine Festplatte Dermalightpaste habe ich angenommen Hauptplatine habe ich bestellt ähm ja jetzt weiß ich halt nicht was der hier braucht ähm ich weiß auch nicht was das Spiel braucht äh ja kann ich das ja gut nehmen wir erstmal die Aufträge an ähm ja gut auf jeden Fall kriege ich jetzt neue PCs und die Ware der Zustellung von bla 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 PC PC ja gut ähm glaube ich beende das Video jetzt weil den PC will ich in einer schönen Folge machen denn das dauert wie eben schon gesagt bisschen länger und äh ja dann mache ich wieder die selbe Abmoderation wie im letzten Video ähm ich sag mal oder ich frage eher mal ob es euch gefallen hat huch da war was und ähm ja lasst einen Daumen nach oben da kommentiert ruhig äh lasst ein Abo da schaut mal in der Videobeschreibung nach da ist mein Instagram Profil mein Facebook Profil und mein Twitch Profil verlinkt und auch der Discord ganz wichtig ähm auf dem Discord bin ich hin und wieder mal und unterhalte mich einfach mit ähm mit Zuschauern und äh ja wie gesagt kommentiert bewertet und bla 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 und ich hoffe euch hat das Video gefallen dann bis zum nächsten Mal haut da rein Leute ciao ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal